Ich hab Halus. Ich hab keine Halus. Minute. Ich hab den Grunt gekillt. Jetzt hab ich den Hunter gekillt. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich ein Fullmatch Video für euch, in dem ich die neue Mako Carbine spiele. Mako? 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 Polo? Er hat was gesagt. Bleiben wir beim Mako. Ich bin ehrlich, bevor ich sie ein paar Runden getestet habe, habe ich diese Waffe total schlecht geredet. Ich hab den Sinn hinterher einfach überhaupt nicht gesehen. Ich meine, ne Long Ammo Levering Waffe? Die Centennial zu leveren ist ja schon absolut schrecklich. Wie ist es dann bei der Mako? Fazit, nach 6 Stunden, non-stop Mako Gameplay. Das Levering macht mich fertig. Okay. Allerdings bin ich inzwischen doch ein sehr großer Fan dieser Waffe. Nicht wegen irgendwelchen Stats oder so. Die Waffe fühlt sich einfach gut an. Ich liebe das Ironside, ich liebe den Sound und ich liebe das Feedback der Waffe. Vor allem habe ich sie 6 Stunden quasi durchgehend ohne Iron Eye gespielt. Und ich hab's auch ehrlich gesagt nicht wirklich vermisst. Bei jeder anderen Long Ammo Rifle kriege ich das Kotzen ohne Iron Eye. Und bei dieser brauche ich es gefühlt gar nicht. Ich werde Levering auf jeden Fall wieder versuchen, sobald ich die Explosive Muni frage sharedet habe. Denn damit stelle ich mir die Mako mit Levering sehr, sehr lustig vor. Nicht gut, aber lustig. Allerdings werde ich sie in Zukunft, genau wie die Centennial, ziemlich sicher dann eher ohne Levering benutzen. Nun aber zur heutigen Runde. Ich bin Solo im Stillwater bei You unterwegs und es war wirklich eine absolute Achterbahn der Gefühle. Bevor wir reingehen, möchte ich aber noch erwähnen, dass ich die Mako hier mit einer Sparks Piste spiele. Weil ich mich eben eigentlich auf Slurring konzentrieren und keine Close Range Option mitnehmen wollte. Ich werde aber auf jeden Fall mal noch so rumtesten, womit man die Waffe gut zusammen spielen kann. Meine ersten Gedanken sind hier eine Uppermatt in einem Quartermaster Lowrout oder eine kleine Shotgun. Ohne Quartermaster dann einfach die üblichen Verdächtigen, Spitfire, Officer, Dolch, irgendwas das halt schnell schießen kann. Oder auch einen Handcrossbow. So, wobei die Sparks Pistole für 14 extra Schuss dann doch schon sehr praktisch waren. Oh, ich dachte, ich habe was gehört. Ja, okay. Verstehe ich, Seele. Das ist natürlich völlig fein, Meinung zu haben. Ich persönlich finde es großartig, dass man... Also das mit den Traits, was du meinst, ist auch wirklich super. Macht es deutlich angenehmer. Ähm. Ich habe Halus. Ich habe keine Halus. Ich habe keine Halus. Ich habe den Grunt gekillt. Jetzt habe ich den Hunter gekillt. Haha. Äh. Oh Gott, bitte. Okay. Oh. Und da kommen auch welche. Oh, Baseball-Schläger. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, muss ich sagen. Ich glaube, das ist nur ein Duo. Oh. War da keiner? Oh, oh, oh. Hab ich Halus? So hat da keiner? Oh. Die Position gefällt mir nicht. Oh. Nice throw. Fuck. Der hat nicht mehr gelöscht, oder mei? Oh. Ein Punch. Hm. Ich glaube, es könnte ja noch weitergehen. Ich mache mir die Rackshot rein. Oh. Oh. Ich glaube, es könnte ja noch weitergehen. Oh, nice team. Fuck, er nekrode. Mh. Spiel erkannt. Oder hat er? Er hat nicht geneckt, oder? Oh, hat er gar nicht. Oh, muss ich jetzt einmischen. Oh, kein Wallbang, bitte. Oder Floorbang, eher gesagt. Ah, ja, da sind Leute im Nord-West. Okay. Okay. Wir kommen. So, just right now. A truce. We don't shoot each other, okay? We first kill those other guys, and after that we can discuss. Alright. One has a bleeding centennial. Cool. Ich hab'n Freund gefunden. Ah, shit. Kein Problem. Macht gar nix. Macht gar nix. So weit, der Typ bleibt nur drin. Okay. Alright, red. All good. All good. I killed one. A turncoat. There's also a Reptilian. With a Le Mad Carbine. F&J. I think I got the one up I killed. I killed. Was ist das? Ich kriege einen, einen ist es. Oh bro, warte mal von da? Wait. Oh, what? Okay, okay, okay. You try to, you just try to play the safe, okay? If you die, you're gone. Wait, is that you? Don't, don't shoot me, okay? I don't know who's who's who. Okay, okay, you're my mate. I don't know who's 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 who's不' How could you? How could you kill my friend? No, I'm gonna avenge you. I'm gonna avenge you. Later, though. I'm gonna avenge you. I'm gonna avenge you. Oh, stimmt. Mh... Habe ich jetzt mit einem Balken da? Ist risky. Oh Mann, ey, das... Fucking... Mobs überall. Oh. Habe gerade ein Wurfmesser gelootet. Mhm. Hast du's? Hast du's? Mhm. Guta... Oh. Huh? Huh? Hatus? H aka attraction W很好 H oder? H H sich selbst angezündet so dass ich hab mein balken wieder jetzt kommt doch zurück das ist unglaublich bin die ganze zeit da drüben und wenn ich rüberkomme geht er weg brech so wie viele leben hier noch ist da noch ein solo so wie ist das? was ist das? was ist das? ich weiß gar nicht was ich sagen soll bro ich würde gerne kommentieren ich weiß nicht mehr was ich sagen soll hier ow ow so 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 ich hab kein healing mehr boah mein healing ist ausgegangen immer ein stick oh wait wo liegt der? wo liegt der? denn da fuck hallo? hehehehe ich krieg meine mad kids nicht alter सklar hallo z merkek hallo p�ast h k f p�ast k p�ast ab p�ast Control This is a Control Drat D Ich hätte es gedacht, dass er dahin geht. Ne. Na. Nice plate. Fuck. Nein, warum sind die burned? Oh, danke. GG, man. GG. What the fuck happened here, dude? It was... What a fucking massacre here. You played it very... You played it very well. GG. GG. Was ist das jetzt? Sind alle tot? Was hat der, der meinen Freund gekillt hat? Man, das finde ich so schade. Es wäre so schön gewesen, wenn er überlebt hätte. Super schade. Ich sehe jetzt ihrer down. Ich glaube, die ist full dead. Oder gelieft. Oh. Diese Lobbys sind viel zu wild. Aber wisst ihr, was das blöd ist? Wenn die ganze Scheiße hier abging, gab es doch einen Schuss sonst wo. Ich glaube, ich bin nicht alleine auf dem Map. Es ist doch jemand da, glaube ich. Oh, scheiße. Lägt mich am Arsch. Da. 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 Habt ihr es gehört? Da war ein Schuss. Da war ein Schuss Richtung Westen. In Lock Bay ist hier mein Bro. In Lock Bay. Ist es einer von denen hier? Hat sich einer davon geschlichen? Auf nach Lock Bay. Er geht. Das ist... Da ist irgendeine Solo Red unterwegs. Guck mal. Also wenn die Rami nicht gerade von Lock Bay selbst weggeflogen sind, Zegi Gang? Bro, what? Wäre das so schön gewesen, wenn das ein Headshot gewesen wäre, man... Oh, das wäre so schön gewesen. Oh, das wäre so schön gewesen. Dennoch froh, dass ich es getroffen habe. Aber, ähm... Busi? Oh, what? Das ist nicht nur einer. Das ist nicht nur einer. Oder? Ich hatte hier etwas gehört. Oh, ich könnte jetzt den Mastercrew. Vielleicht, wenn ich es schon genommen habe. Aber ich werde es nicht tun. Glaube ich. Nein, warte mal. Geh es mal hin. Oh, mein Gott. Er hat es tatsächlich genommen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Will ich kämpfen? Was? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. um yep hey bro 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 are you a solo it's fine you can get up i'm a solo too it's fine really really it's fine it's fine oh my god you're not a solo what the fuck guys are you guys for real GG guys what were you doing the whole time wow there was a fucking party going on at there was a party going on at Alice farm and you guys didn't snipe that what were you doing GG's guys next time engage in the fights you waited way too long for this way too long es müssen eigentlich über 10 sein 11 okay was eine verrückte runde an den Sheriff Harden mit dem ich geteamt hatte es tut mir leid dass ich dir nicht geholfen habe ich war einfach viel zu verwirrt wer da wer ist aber ich habe dich gerecht ich habe es geschafft deinen Mörder eigenhändig niederzuschrecken dein Opfer war somit nicht komplett umsonst F in die Kommentare für Sheriff Harden er hat es verdient aber ja das war es auch schon mit dem Video wenn du es bis hierhin geschaut hast dann erstens Dankeschön ich hoffe es hat dir gefallen und zweitens bin ich auch jetzt gerade vielleicht live auf Twitch also kommt doch gerne rum zum Tag der Veröffentlichung dieses Videos hatte ich mir vorgenommen im Stream schnellstmöglich die Weekly Challenges fertig zu bringen und so viele Eventpunkte wie möglich innerhalb kürzester Zeit zu farmen falls dich das also interessiert kommt doch gerne rum wenn alles so klappt wie ich es mir vorstelle mache ich dazu dann aber auch ein Video also abonniere auch den Channel um dieses und weitere Videos nicht zu verpassen Like und Kommentar für den Algorithmus wäre ultra geil wäre ich dir sehr sehr dankbar für und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend und wir sehen uns im nächsten Video bis dahin Tudeloo